Ja, ich weiß nicht, ich hab nie die Scopes dafür, die zu bekämpfen. Aber von mir aus können wir es probieren, denn ich bin immer für kämpft. Äh, ich hab nichts, nur Red Dot. Ja, ich hab auch nur Red Dot. So, wie ist das von mir aus? Ja, mir ist auch egal, wir können ja auch verhalten. Ja, näher ran, näher ran, näher ran. Da stehen welche am Jeep, haben wir gesehen? Ja, ein Jeep fährt weg. Wo fährt der hin? Hat mich doppelt geschrotzt. Er kommt zu dir, Ben. Oh, schau! Ich hab ihn hier ein bisschen. Achso. Nice, Alter. Oh, ich hab ihn direkt gleich raus. Er sagt, wenn ihr fertig seid. Ja, ich bin ja auch schon tot. Aber was? Warum? Ja, weil er halt die anderen kamen. Ja, ich war... Da kommt er vom Neck. Da kriegt man mit ein komplettes Magazin mit der fucking Vector, aber ich bin mit dem Instant. Gut, jetzt den komplettes Magazin, dann wird er auch so. Ich kann einfach nur sagen, der ist zu einfach, hat eine scheiß Tick-Raid. Wenn ich über 20 Schuss von der fucking Vector direkt in seinen Oberkörper reinbrätseln, und er mir halt zwei Schüsse von der Shotgun reinbrätseln kann, derzeit. Ich muss noch eine Solo-Runde machen, also du. Die Sachbescheid werden erfällig. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017